Diddy Carmens, du musst irgendwo sein, bloß wo? Hm, das Car. Ähm, wo könnte ich sein? Verdammt nochmal. Ich hätte nach links sollen auf die, um auf die Libelle rufen. Statt, ähm, da einfach so blind runter zu springen. Ähm, die Carmenze, die Carmenze, die Carmenze. Man bekommt sie nicht, wenn man Radley abgibt. Das ist sehr, sehr schade. Aber, ja, lässt sich nicht ändern. So, mal wieder, der Anfang. Also ich glaube langsam können wir auch vom Anfang ausschließen, dass hier irgendwo die Carmenze sein sollte. Oben nicht, da drüben nicht, hier nicht, bei denen nicht. Ja, der hilft ja so hoch. So, bei dir vielleicht, aber... Ja, wie gesagt, da will ich halt nicht nützt. Ich könnte jedes Mal, ähm, wenn ich nicht reinkomme, sterben würde, Start und Reset machen. Also Start und Select. Dann Reset jetzt ja das Level. Also das mache ich erst, wenn ich hier keinen Erfolg habe. War ich ja oben das letzte Mal? Ich glaube, aber war ich da unten das letzte Mal? Aha. Ich bin einem Geheimnis auf der Spur. Ehm... Aha, Geheimnis. Die K-Münze. Sehr, sehr schön. Und die Halbzeit. Hat noch was. Und das Ende. Schön. Hätte ich mal nachgeschaut. Wir machen zuerst die Welt zu Ende, würde ich sagen. Im Kletterschleim. Jam, jam, jam. Ich glaube, ich weiß, welches Level das war. Oh ja. Das ist auch ganz besonders toll. Äh, ja. Ist ganz witzig. Vor allem, äh, ja, vom Prinzip her. Und zwar, wie man sieht, wie man im Hintergrund schon leicht gesehen hat, steigt das Wasser jetzt. Und, äh, ja, dieser kleine, pinke Fisch hier hat uns zum Fressen gern. Was er uns auch gern beweisen will, wenn wir nicht schnell genug sind. Äh, das ist jetzt, glaube ich, eine Passage, wo das Wasser dauerhaft ansteigt. Das heißt, wir können hier untergehen und gefressen werden. So, oh Gott. Okay, wenn das Wasser sehr schnell ansteigt, dann sind wir entweder tot oder, ähm, wir haben die nächste Ebene erreicht. Wo wir gerade bei der nächsten Ebene sind. Oh, ich höre diese Grutschtypen. Ah, ich hasse sie. Okay. Ah, hallo. Gehen wir mal schnell mal da rein. Ach, das war ein bisschen Abkürzung. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Aber ich meine, irgendwie muss ich es sicher bezahlt machen, wenn man den Partner hat. Komm, die kamen wir zuerst. Verdammt. Äh, Unverwundbarkeitsfass. Das brauchen wir, glaube ich, sogar. Ah, dann brauchen wir das. Das brauchen wir, glaube ich, um an die Dekamen zu kommen. Kommen wir zwar auch noch normal, aber... Oh Gott. Da hinten war irgendwas. Oh, ich glaube, der Weg weiter. Haha, das war verdammt gefährlich. Hallo, Biene. Gut. Hüpf, da ist das Ende. Das Ende ist mir... Wow. Na, pfff. Kann sich auch nicht entscheiden. So, da rüber. Das Wasser ist noch weit genug weg. Das ist kein Problem. Wow. Die Füße hat es, glaube ich, schon gestreift. Wow. Wo wir gerade von Streifen reden. Hallo, Bananenklau. Sollte bei einer Fisch sagen, aber das schlägt ja nicht ganz. Verdammt nochmal. Wow. Entkommen. Äh, Kanonenkugel. Äh, Kanonen. Kugel. Sehr schön. Bonus Level. Das hört sich doch gut an. Die Frage ist nur... Ach so, so eins. Äh, darf ich bitte mal, mein Partner? Danke. Ähm, wenn ich hier einfach nur draufhüpfe. Wo sind denn die alle? Okay. Ahaha, sehr freundlich. Scheiße. Aber das brauche ich für die... Ohoho. Okay, wegschmeißen. Schwimmen. DEK-Münze. Gewinnen. Nichts dafür bekommen. Na, wir haben... Da gibt's ja nur ein Bonus Level. Okay, scheiße, dass wir das nicht bekommen haben. Da war ich ein bisschen zu voreilig, aber egal. Wieso beeile ich mich eigentlich jetzt schon? Weil... Jetzt herrscht noch keine Eile. Erst jetzt. Jetzt wieder nicht. Ähm, da ist das K. Mal wieder. Wir können eigentlich den Typen mit der... Mit dem Vieh töten. Genau. Ach, der ist keine Probleme. Und jetzt beherrscht wieder Eile. Und hier herrscht, glaube ich, auch Eile. Ich bin ja aber nicht ganz sicher. Ja, doch. Sollte. Wenn die Plattformen unterschiedlich... Wow. ...hoch sind, dann sollte es. Hier jetzt wieder nicht, weil jetzt... Da, 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 da. Gerade. Warte. Tot. Na. Ich weiß nicht, was gerade los ist, aber mein Nase juckt dauerhaft. Das ist unangenehm. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Oh Gott, Wasser. Hm. Hi. Äh, wir haben wieder einen Partner. Was heißt... Wusch. Pow. Ploff und Peng. Schön. So, und du gibst mir wieder Unverwundbarkeit. Das ist schön. Nein. Hallo. Danke. Und da ist er auch schon wieder, mein Partner. Ach, das wird ja jetzt doof. Jetzt schwimmen wir hier. Aha. Nicht mehr. Schön. Fliege. Hier wieder. Okay, und hier war gleich das Bonus-Level. Boah. Die treiben Sachen hier. Ah. Vor allem juckt meine Hase, hat gerade die ganze Zeit, das ist so schlimm. Ich muss das Jucken unterdrücken. Naja. So. Wow. Das war schon wieder ein letzter Zipfel. Du warst schon wieder so ein Typ. Ach, das Wasser steigt ja hier jetzt. Stimmt. Da war ich das letzte Mal ja so doof und bin auf dich reingefallen. Und da war die Kanonkugel. Schön. So, dicht mal. Dann dicht nochmal. Boah. Nicht runterfallen. Das wäre doch gar nicht toll. Und da rein. Und jetzt einfach das Level nochmal machen. Ganz oben war eine Biene. Das war ziemlich gemein. Aber wenn ich ganz nach oben gehe, diese famaledeite Biene töte. Ach, das oben sind noch mehr Bienen. Ha. Ha. Hätte ich wissen müssen. Und jetzt einfach nochmal runterfallen. Nein. Start Select. Gar kein Problem. Wir haben, glaube ich, die Halbzeit. Gibt es hier eine? Tatsache. Und Verwundbarkeit, die uns das letzte Mal ein Partner gekostet hat. Diesmal aber nicht. So, die sollten wir das so schnell wie möglich nutzen. Aha. Ich weiß, wofür sie brauchen. Ach, scheiße. Reingelegt. Aha. Ah, Fisch. Fisch. Nein, nein, nein. Ha. Du hast mich nicht bekommen, Fisch. Ich habe mich davor selber getötet. Ups. 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 Fliege. Ich sehe dich nicht. Wow. Das war das erste Mal, dass es schief geht. Ich hätte schwören können, es geht schon zwei andere Male schief. Okay. N. Ach, da war die Biene. Wow. Wieder fast gestreift. Aber auch noch fast. Ihr beide seid kein Problem. Oder weniger ein Problem. Na, da war der Typ. Der schmerzt aber relativ. Der weniger. Wow. Oh Gott. Ja, renn du nur durchs Wasser. Ich bin hier oben in Sicherheit. Sofern man das Sicherheit nennen kann. Naja. So. Und noch einmal. Mit Dixi ist das Ganze ein bisschen doofer, aber es geht. Okay, die beiden Bienen und dann, so wie vorhin. Wir haben ja relativ viel Zeit. Und wir werfen die einfach ab. Wir werfen die einfach ab. Ah, ja. Geht doch. So. Jetzt muss man nur hier aufpassen. Das lief das letztes Mal ziemlich gut, aber... Wer sagt denn, dass es immer so... Boah. Gut läuft. Schön. Hätten wir das hoffentlich erledigt. Ich sage hoffentlich. Wir hätten uns jetzt das Leben holen können. Nein. Wo ist denn noch ein Bonuslevel? Das ist jetzt wirklich verdammt doof. Bei dir. Nö. Du hast schon Münze. Da will ich auch nicht unbedingt ran. Wo könnt ihr das Bonuslevel sein? Da oben vielleicht. Oder auch nicht. Oh Gott. Naja. Da drüben vielleicht. Nein. Wieso hüpfe ich eigentlich auf die Welle? Ich kann doch einfach hier rüberfliegen. Naja. Ja, wo ist das letzte Bonuslevel? Oder zumindest hoffe ich, dass es das letzte ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist verdammt doof, aber... Es ist nun mal so. Oh ja, natürlich wird halt gleich Akku. So, du da. Sehr schön. Das ist nun mal so. Okay.